Musik Das muss ich an Lukas Fühler sagen, weil er die glorreiche Idee hatte. Selber war es zwei, um sie zu machen. Aber ich glaube, die Klima gehört zu Zürich, genauso wird es so sein. Darum passt es hervorragend. Warm ist es aber nicht. Nein, ich glaube nicht. Eben 12 Grad oder so. Ich bin eigentlich relativ wasserscheu. Aber ich glaube, es kommt gut. Wenn ich mich selber über Wasser erheben kann, dann wäre es mit meinem Abkall noch schwieriger geworden. Darum habe ich das Böti hier. Das war tatsächlich so. Erzähl, war es warm? Ja. Überraschend. Nein, es war schon warm. Aber es ging aber. Hast du es für uns ein bisschen gemacht oder machst du es nächstes Jahr? Ja, nächstes Jahr. Also einfach so. Willst du da gewinnen? Nein, dann kann Lukas Lüller mal etwas machen lassen. Können wir es noch steigern? Ich weiss nicht, Haufenkran oder so.